Moin Leute, es gibt mal wieder eine Runde Campanile Heroes 2 im PvP. Ich spiele mit den Briten zusammen, mit dem Basti. Und ja, ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit. Die ganze Zeit immer nur Helldivers 2. Ich muss jetzt auch mal wieder für meine eingefleischte Campanile Heroes Community mal wieder einen raushauen. Und ja, hier ist es. Ich wünsche euch viel Spaß. Naja, ist auch egal. Wir haben jetzt hier eine schöne Runde Campanile Heroes. Jawoll. Mal wieder. Zeit jetzt. Nee, Trick-Trak ist neben mir. Oh, ich bin jetzt mal oben, Junge. Ich bin oben. Da bin ich so selten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier eine Chance habe. Ja, ich bin auch... Ich komme auch gerade nicht klar. Ich bin hier ganz rechts. So, schwere Panzer. Mal gucken. Aber was spielen wir denn überhaupt? Tja. Ja, du bist der Grüne. Äh, ja. Eieieiei. Eieieieiei. Run, du. On your feet. Äh, komm. Ich gehe auf schwere Panzerkampfgruppe wieder. Auch? Ja. 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 Ja, da ist richtig schön viele Churchill's hier oder was. Äh, Fun. Der Räuben. Räuben. Aber warum sind wir beide jetzt wieder so weit auseinander? Das ist doch Käse. Das ist auch Käse. Wieso, wenn wir als Gruppe joinen, wieso sind wir denn dann Platz 1 und Platz 4 so, weißt du? Warum sind wir nicht beide einfach Platz 1 und 2 oder 3 und 4? Ja, da muss Relic noch ein bisschen nachbessern irgendwie. Ja, das ist doch halt wirklich Quatsche. Wir joinen zusammen und können aber dann nicht wirklich miteinander spielen, weil zwei andere Spieler zwischen uns sind. Hier will mich einer direkt schon off-cutten. Nee, komm. Ja, ich habe zwei Spieler bei mir. Äh, melde das gleich mal im Chat. Vielleicht haben wir welche, die mitdenken im Team. Da musste ich meinen Gamer direkt wieder zurückholen, weil es hätte da nicht viel genützt. Nee, warte mal, ich mach mal lieber ein Mörder. Oh, dann musst du da unten Gas geben. Weil das hier oben... Ah, nee, warte mal, ich habe den... Der hellgelbe... Der hellgelbe... Der blaue ist bei mir. Der hellgelbe. Nee, weil, ähm... Dann hätte es... Hätte ja irgendeiner keinen Spieler. Wenn hier oben zwei sind. Oh, was ist das denn hier? Ach, ja. Man macht den Pionier-Wipe. Ja, sehr geil. Ja, ein Pionier habe ich immerhin gewiped. Besser als nix, ne? Komm, stell auf das Ding. M-G aus dem Haus mörsern. M-G aus dem Haus mörsern. Pass auf, Junge, das M-G ist da noch drinnen. Ja, 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 ja. Fuck! Jetzt habe ich mich aufgepasst. Wie heißt er denn hier überhaupt? Pablo! Sagen wir mal, thanks, Pablo. Ja, los Mörser, renn ein bisschen schneller, bitte. Immer da rüber. Naja, ein Flammenwärter gönne ich mir mal. Ah, ich brauche das zweite Gebäude. So, dann bauen wir das Gebäude. In dem G hätte ich vielleicht auch schon mal nach vorne wollen sollen, ne? Äh, lol, was ist denn hier mit denen passiert? Aber ich kann gerade nicht gucken. Ne, 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 brauchst du auch nicht gucken, aber... Meine Jungs sind ein bisschen... ...auseinander gespreadet. Boah, das ist aber auch ne Assi hier bei mir. Der hält genau den Abstand ein, damit ich ihn nicht treffe, aber er mich trifft, ne? Ja, ja. Ist ja nur smart, ne? So, also wir haben jetzt die Mitte und das hier oben, haben wir jetzt erstmal in sicherer Hand, denke ich. Hier planten wir mal ne Mine auf der Straße. Das gibt jetzt auf jeden Fall erstmal schön Benzin hier für uns. Ah, er spielt mit Rangern hier, der Typ bei mir. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. So, wunderbar. Hol ich mir noch das Granatenpaket? Das ist ja eigentlich ganz geil, wenn man das hat. Hm. Ne, ich komm, ich hau mir direkt nen Bischof raus hier. Ich setze hier mal Panzerfallen hin, dann muss der auf jeden Fall durch die Mine durch. Vielleicht ganz smart. Oh, mein Kollege geht schon weiter, dann gehe ich da mal hinterher mit der Infanterie. So, und hier hätte ich auf jeden Fall auch ganz gerne mal Tanktraps. Oh, den hole ich raus, Alter. Kommt, Jungs, killt ihn. Jawoll. Wo ist denn mein Auto hier hin eigentlich? Da. So, gehst mal dahin. Der Bischof bleibt erstmal da. Oh, komm, bleib da stehen, Bruder. Okay, dann nicht. Oh, kann ich da hinballern? Nein. Zappers receiving orders. Zappers receiving orders. Zappers receiving orders. So. Wo war jetzt der Mörser? Wo ist denn der Flagg hier liegen? Wo ist denn der Flagg hier liegen? Was ist denn der Flagg hier liegen? Hä? Wieso schreibt er jetzt Fuck you und believe einfach das Game? Heul nochmal noch. Was stimmt mit ihm denn nicht? Ach du Scheiße, was kommt denn da an? Geil. Er hat mit seinen Rangern direkt den Wirbelwind raus geholt. Sehr schön. Was ist mit euch los? Wieso rennt ihr jetzt her? Aber komplett im Block, ey. Oh, Alter. Kann man auch schon wieder nicht verstehen. Alter, es sind drei Spieler jetzt in der Mitte, ne? Oh, Gott. Okay, you have to stop it. Oh, bitte nicht sterben. Ach komm, okay Basti vielleicht, ach du Scheiße, bei dir läuft es ja auch richtig mies. Du hast dir ja überhaupt nichts gesagt. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass der Gelbe mich mal unterstützt hier. Ja, der ist halt nicht mehr da. Ich glaube, der sieht meinen Bullshop nicht. Ja, die sitzen bei uns in der Basis quasi schon drin. Also wenn jetzt nicht bald hier irgendwie was passiert. Ja, ich kann jetzt hier rechts ein bisschen einnehmen. Da ist die Frage, ob uns das was nützt, ne? Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen spät dran jetzt mit Dingspanzern hier. Ich weiß auch nicht, wie der Rote überhaupt schon so viele Punkte für nen Wirbelwind zusammengekratzt hat. Ich brauche genauso viele für meinen Anti-Air-Panzer. Und äh, ich bin noch lange nicht so weit. Da ist ein AT-Bunker, den bombe ich mal weg. Ja, obwohl, ne, brauche ich noch nicht. Das müssen wir erstmal weg. Na ja, ich grab mich hier oben erstmal ein, damit wir das hier sicher haben. Mal gucken, ob wir das hier noch ein bisschen gedreht kriegen. Oh nein, er hat diesen Infanterie-Blob geskillt. Oh ne, den hätte ich nicht gemacht. Guck mal hier. Kann grad nicht gucken. Was ist bei dir? Ach, die Wirbelwinde oder was? Kommt, killt ihn. Jawoll. Der ist gewiped. Da liegt ne Panzerschreck rum. Kann ich leider nicht mitnehmen. Auch mit einem geht noch. Jawoll, direkt den Kommando-Bunker rausgenommen. Sehr schön. Keine Buffs mehr für dich, mein Freund. Ach du Scheiße, was war'n das? Was? Okay, ich hab direkt nen kompletten Wipe gekriegt. So, jetzt hab ich mein Anti-Air-Tank. Ich hab jetzt aufklären, unser Adler. Oh nein. We have vehicles on standby. Und bei dir mal die Mitte? Wir müssen wenigstens die Mitte jetzt irgendwie in die Finger kriegen noch. Das wär schon doll. Das wär schon doll. Das wär schon doll. Das wäre auch schon doll. Wir müssen die Begründung auch für dich. Aber das ist auch toll. Die Mögel sind. Wow! Ja, aus der Schicklabe. Die Mögel sind. Die Mögel sind. Die Mögel sind. Von du weibend. Wir können den Ball und die Schicklabe. Wir haben eine gute Zeit. Ingeliektor. Drei, Leibend. Die Mögel sind. das ist ja so ein blödes ja weg 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 ach komm dieser scheiß artillerie ich falle du krieg immer irgendwie war mit dem kram ja jetzt kommen die panzer schräg ja 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 Nein, kein leichtes Brennen. Bois. Ja, Alter, diese Scheiß... Der hat drei Wirbelwinde hier wieder. Dieser Wirbelwind-Spam ist auch so eine Kacke. Komm, die machen wir jetzt alle weg hier. Die nageln wir um. Jawohl. Einer nur noch. Wieso hat der eigentlich seinen Hauptmann da immer noch stehen? Wieso macht der mit dem nichts? Ja, jetzt ist der weg. Ja, du kommst aber wunderungs weg, Kumpel. Da sind überall Panzerfallen. Du kommst da nicht weg. Ah, nein. Da bitte draufschießen. Ja, du kommst doch nicht weg mit deiner Wirbelwinde. Okay, wir haben alle drei Wirbelwinde weggewiped. Nice. Da hast du doch mal gute Nachrichten. In der Tat, in der Tat. Ja, Leute, bin ich rückwärts an die Front gefahren mit dem... Äh, was macht jetzt mein Pionier hier? Was passieren denn hier für Sachen? Oh, jetzt kommt meine Churchill. Ich mach den Bunker schnell platt, bevor du da irgendwas drausen machst. Du musst jetzt hier noch irgendwie... Okay, ja, muss reichen. Ach, wieso fährst du denn nicht rückwärts, du dummer Idiot? Ey, ja, toll, ehrlich. Warum rückwärts fahren, weißt du? Ja, komm, kill ihn. Oh, nein. Neu, was macht der Gelbe? Die KI ist ja wieder brillant. Komm, geh den mal schnell reparieren. Wo ist hier was drin da? Wegbomben. Ich schießt irgendwo nur Witsche rein. Oh, na. Ich muss mal versuchen, hier durchzufahren. Bruder, doch nicht komplett zurückziehen. So, schnell besetzen. Nur für den Computer, ne? Ja, 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 ist gut. Ich hab da noch gar keine medizinische Umwelange drauf. Die hab ich irgendwie verpennt. Ach ey, dieser komische Artillerieoffizier, ne? Er ist auch so ein Nerv. Ach nee, das ist ja auch noch die Artillerie aktiv. Okay, jetzt nicht mehr. Ey, da einen neuen Abonnenten bekommen. Ne, komische Benachrichtigungen über das Programm wiedergekriegt. Ja, das Risiko gehe ich jetzt nicht nochmal ein, ja? Wollen wir schnell die Pack besetzen? Jawohl. Ja, gleich. Ja, komm. Oh. Wir hätten fast noch einen Wirbelwind rausgeholt. Oh, der Mörser steht ja hier noch. Ich hab ganz vergessen. Mal gucken, ob wir den nochmal hier rüberkriegen. Das war eigentlich ganz cool da. So, komm, geh rein mit deinen Packs. Nimm das ein nebenbei. Oh. Wie läuft's bei dir da unten eigentlich? Oh, na ja. Oh, okay, okay. So, wieder. Ganz okay eigentlich da. Komm, bleib stehen da. So. Jawohl, die Artillerie hat richtig reingeplunzt da. Okay, wir haben die Mitte. Hi, hier ist ein Panzer IVer. Ich hab unten. Wir haben alle drei Punkte. Geil. Okay, die Mitte bleibt jetzt erstmal bei uns. Oh, nehm mal das. Oh, nehm mal das. Oh, jetzt noch dringend die Panzerausbildung. Das ist so geil. Na, ich hab den ganzen nördlichen Punkt so abgeschottet mit Panzerwallen und Statteldraht. Da traut sich keiner ran irgendwie. Bleibt die... Oh, mein Rangerfreund, der macht da richtig Rambazamba. Da muss ich mal nachsetzen jetzt mit den Panzern. Ja, müssen wir jetzt nachsetzen. Ja, und auch den letzten Bunker hier aushäuchern. Alter, der hat mindestens zwei Obieches noch. Oh, da. Okay, der... Alles klar, natürlich. Der hat mir wieder zwei Infanterie-Sektionen weggeschossen. Weck so Obieche, weißt du. Ah, was willst du machen? Was willst du machen? Ich glaube, ich lasse das da erstmal so, wie es ist. A new Infanterie-Sektion is ready for battle. Pay attention, ladies and fucker. Come on, ladies, while we're young. Come on, girl, shut your marsch and move your feet. Stafford, on site. What do you need, Blue? Hatchin' it up now. Head holding the heading. What is this? Where will drive? Let's get over it. We can order this, mate. So, wo ist die Obieche jetzt nochmal genau gewesen? Hier, glaube ich. Da brauche ich leider nicht ran. We're losing a victory point to enemy action. Okay, meine engineers wurden übel rausgefokust. Ja, meine Churchill kriegen gerade auch raus, Maul. Ach, scheiße, das war uncool, was jetzt hier passiert ist. Churchill sind halt auch super langsam. Also, wenn da mal was brenzlig wird, mit denen davon kommen, das ist immer so eine Sache. Geht das hier wieder los? Na mal, haben die das wieder rückgängig gemacht, dass der, ähm, dass die Strecke mit der Maus so, also verlängert wurde, mit dem rück, äh, rückwärts fahren? Keine Ahnung. Weil immer, wenn ich jetzt nach hinten klicke, fährt der nicht mehr rückwärts. Ich gucke jetzt mal. Nein. Jetzt kam ein Marder. Nee, das... Da geh ich nicht hin. Na ja, gut. Ich brauche auf jeden Fall eine Menge Manpower. Ach, Leute, da haben die auch dicht gemacht. Hm, okay. Nee, wieso zieht der sich denn wieder komplett zu? Jetzt zieht doch ein schönes Feldlazarett irgendwo hin. Wahrscheinlich nicht genug Manpower für. Ja, wir müssen da mal das Fire returnen, der hat da inzwischen drei Obieches stehen, ne? Ja, wir müssen da mal das Fire returnen, der hat da inzwischen drei Obieches stehen, ne? Ach, Scheiße. Wir müssen da jetzt ganz dringend weg. Der ist da oben einfach mit seinem Wirbelwind durchgefahren, ey. Ey, wir haben alle Punkte. Wir haben das gedreht, ey. Ja, aber der ist hier oben mit seinem Wirbelwind drin. Oh, ist das geil. Und der Typ hat noch gelieft hier, der Trick-Track. Ja, weil er doof ist, deswegen. Das war hier wohl wirklich nur doof. Das war einfach Rage-Quit oder so, glaube ich. Komm, KI, mach ihn weg. Ja, okay, hat sich erledigt mit der KI. Oh, da unten könnte ich helfen, komm. Das ist wieder ein richtiges Schlachtfeld hier, ey. Guck's dir an, ey. Ja, naja, wir machen mal ein schönes Screenshot hier. Äh, für Thumbnail, meine ich. Das ist auch irgendwie nicht so optimal. Ja, gerade alles. Oh, Basti, willst du das da unten? Mensch, du bist doch richtig Hass gegeben hier. Ja. Ich komme jetzt zu dir runter, Junge. Denn mit schön mit meinen Churchils jetzt noch dazu. Bruder, ich komme. Ja, Mann. Jetzt kommen wir doch endlich nochmal zusammen hier. Können wir doch ein bisschen zusammenspielen, sag mal. Jawohl, ja. Au, oh, hier steht was im Gebüsch. Tiger, Tiger. Tiger. Oh, ja, 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 ich komme, ich komme. Ja, komm, wir machen wir doch jetzt hier. Vier Churchils gegen einen Tiger. Den Kessel war jetzt schön ein. Du links rum, ich recht rum. Ja, alles klar, sicherlich. Hammer. Mega. Ja, war toll, ey. Noch umgedreht. Trotz KI. Ja, Mann. Das haben wir... Ey, und ich habe richtig auf den Kopf gekriegt, da bei mir in der Ecke von ihm. Mhm. Aber der Pablo, der war auch gut, ey. Der war mir eine große Hilfe erstmal oben im Norden und dann mit seinen Rangern, als er die vernünftig aufgebaut hatte, ist der auch richtig losgegangen dann damit. Ja, lass mal Edden. Kann man den nicht noch sehen? Was für Edden? Du immer mit deinem gleich dein Edden, ey. Ja, so ein Random, mit dem man öfter spielt, weil wir wissen, der denkt, macht sich einen Kopf, der kann gut spielen. Das ist doch besser, als wenn du in eine Runde kommst, wo jemand so wie vorhin einfach früh lieft, ne? Ja... Aber egal. Warte, lass mich gleich nochmal ein. Ich muss dampfen, ich muss dampfen. Ja, dampf du mal. Ich dampf mal ab. So, die Churchils waren nicht überhaupt vernünftig. 0,82. Nein. Die Churchils haben sich nicht so richtig gelohnt bei mir. Aber der Bishop, der hat sich gelohnt. 4,7. Das ist okay. Infanterie. Ja, gut. Infanterie-Sektion war okay. Oh, der Mörser. Oh. Naja. Hier und da ein paar unnötige Verluste gemacht. Einfach nur, weil ich das mit der Artillerie ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen hatte da. Aber... Ist ja doch noch ganz gut ausgegangen. Naja, okay. Dann nochmal vielen Dank fürs Dusehen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Wenn nicht ein Dislike. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat der COH-Community auf dem Kanal mal wieder gut getan. Bis denn. Bis denn. Wir reloaded motherfometin.